So, aber verabschieden wir mal ganz schnell noch die Primes. Nehme mich, der gute Ash Prime verschwindet erstmal für eine gewisse Zeit, wer weiß wie lange, im Prime Vault. Das heißt, man wird es nicht mehr farmbar. Man kann natürlich die Relikte noch benutzen, aber jetzt neue Relikte finden davon wird man nicht können. Deswegen vielleicht nochmal schnell diverse Punkte in Relikte umsetzen, dass man vielleicht Glück hat und das eine oder andere von ihm nochmal bekommt. Dann dürfen wir noch auf Wiedersehen sagen, zu der guten Vectis Prime. Ja, auch dieses Scharfschützengewehr wird jetzt mit dem Ash Prime im Vault verschwinden und das ist eigentlich eher schade. Auch wenn ich jetzt persönlich nie das Ding so oft benutzt habe, wie man es hätte eigentlich mal machen müssen. Aber was soll's. Es sieht auf jeden Fall sehr cool aus und es hat halt, gerade von den Schadensarten ist es jetzt nirgendwo super toll, aber es hat alles halbwegs. Wo ich jetzt sagen kann, ganz okay. Okay, vor allem 25% Crit-Chance mit einem Zweifacher-Multiplier und 30% Status. Das Einzige, wo man jetzt meckern gehen könnte, wäre, dass eben die Schadensrichtung verteilt sind. Aber hey, braucht man ein paar Element-Motzer zu und schon passt diese alles wegen. Auch für dich, Scharfschützengewehr, der du so cool aussiehst, winke, winke. Aber auch zum Carrier Prime müssen wir auf Wiedersehen sagen, denn der kam auch damals mit dem Ash Prime ins Spiel. Und auch wenn er jetzt seine große Saugfähigkeit jetzt nicht unbedingt mehr alleine hat, weil es jetzt als Mod ja allen Sandals-Slash-Wächtern zu fügen stehen ja hat. Aber immerhin, er hat ja einen Munitionswandler gekriegt und der war nicht so verkehrt. Immerhin, wenn ich mich nicht vertan habe, die Waffe, die man erquippt hat, die hat er immer eben mit Munition versorgt. Wenn man halt jetzt auch andere Munitionstypen aufgesammelt hat, verkehrt war das nicht. Da musste man halt eben in eine Waffe, die viel Moon verschleudert sei jetzt mal, nicht jetzt die mit dem Munitionswandler selber ausrüsten, sondern konnte einfach den Carrier Prime dafür benutzen. Das war schon nicht verkehrt. Problem ist, ich benutze in der Regel nicht solche Waffen, die, ich sage jetzt mal, sehr schnell Munition verlieren. Deswegen, hm? Aber für diese Spielweise war der Junge tatsächlich gar nicht mal so unwichtig. Aber auch wenn Ash Prime mit seinen ganzen Klamotten jetzt geht, bekommen wir ja immerhin auch einen neuen Prime Access. Und wir gehen mal ganz drüber hinweg, was da jetzt schön ist, nämlich auf uns zuholt. Natürlich oberen Prime kommt, natürlich mit einem gewissen Accessoires dabei. Aber er kriegt ja noch zusätzlich ein paar andere Geschichten. Zum Beispiel bekommen wir Silver und Aegis. Ja, tatsächlich Schwertschild-Style. Bekommen wir jetzt sozusagen als Knüppel mit Schild, wenn man so möchte. Als Prime-Version, hm-hm. Also Silver und Aegis Prime, okay, sage ich mal. Sozusagen Prime im Doppelpack, könnte man beinahe sagen. Aber gut, zählt natürlich als eine Waffe. Aber trotzdem, das sieht schon mal nicht unbedingt schlecht aus. Und zusätzlich bekommen wir als Primärwaffe noch dazu die... Sybaris Prime. Holy shit! Wenn die auch nur so andersweise so gut ist wie die Dex Sybaris, dann sage ich nur so wie... Ja, das wird jetzt auch noch eine von den sehr wenigen sozusagen Burst-Waffen, die ich tatsächlich gut finde im Spiel. Normalerweise wisst ihr vielleicht noch, ich bin kein großer Fan von Burst-Waffen, die so immer drei Schüsse rausrotzen. Aber gerade bei der Sybaris habe ich immer mehr für mich gedacht so, ey, das ist so cool, damit zu schießen. Das hat so einen guten Sound, so guten Aufschlag, vor allem bei seinen Gegnern und vor allem Leute verbluten lassen mit sowas. Sehr fettes Ding. Sehr fettes Ding. War ich sehr positiv überrascht von dem Teil. Und wie gesagt, wenn auch nur diese Sybaris Prime nur ansatzweise cool ist, eben wie die Dex Sybaris dann, ja, dann wird das wahrscheinlich die wichtigste Waffe für mich sein, die ich die nächste Zeit erfahren möchte. Das sehe ich jetzt schon wie ein Güterzug auf mich zumarschieren. Äh, fahren, rollen. Hupenderweise. So, und jetzt gehen wir mal schnell los, weil ich habe ja noch ein anderes Thema heute am Start, nämlich Keystone. Allzu viel, muss ich fairerweise sagen, konnte ich noch gar nicht darüber rausfinden, aber so ein paar Eckpunkte, worum sich dieses Spiel drehen wird, können wir jetzt schon mal erfahren. Ich bin nämlich extra mal auf die originale Digital Extreme Webseite gegangen. Ja, da gibt es extra eine Webseite für. Und dort wird nämlich in etwas ausführlicher Form auch eben Keystone ein bisschen beleuchtet. Und zudem habe ich noch die ein oder andere sozusagen Webseite aufgesucht, wo eben über das Spiel schon berichtet wurde. Und da habe ich mir so ein bisschen, so ein klein, so ein Portfolio an Informationen, an Blumenstrauß-Informationen, quasi für euch mal zusammengestrickt. Und ich trage das mal kurz vor, obwohl ich teilweise hier Sätze, oder Sätze, ganze Textblöcke hier erstmal ins Deutsch übersetzen muss. Weil ich wollte es euch jetzt nicht, ich wollte euch ja sparen, dass ich das in Englisch vorlese. Sagen wir mal so. Zusammengefasst wurde es von anderen schon, dass es in Richtung von Paladins, was man gerade auf Steam rum sonst spielen kann, auch ein Free-to-Play-Shooter eben werden. Und der eine oder andere könnte es natürlich auch mit Overwatch im weitesten Sinne vergleichen. Allerdings von den Mechaniken wie das hier, werden wir gleich feststellen, ein bisschen anders aussehen. Weil bei Overwatch haben wir jetzt momentan, oder auch bei anderen Paladins-Systemen momentan, wie es da steht, ist ja schon so, okay, ihr habt ein Objekt auf der Karte. Und gut, Paladins hat jetzt noch so ein extra sozusagen Loadout-System, wo gesagt wird, okay, du kannst irgendwelche Sachen aktivieren im Laufe deines Level-Ups, wenn du da Punkte für ausgibst oder eben diese sozusagen Karten dort wählst. Aber das hier hört sich noch einen ganz kleinen Tacken anders an. Deswegen fange ich mal oben an. Im ersten Zusammenzug wurde erstmal hier noch ein bisschen beschrieben, warum, wieso, weshalb dieses Spiel überhaupt möglich war. Nämlich dadurch, weil Warframe so ein Hit ist, haben sie noch ein Team innerhalb ihrer Firma gründen können. Und dieses war eben abgestellt worden, um eben ein neues Spiel zu kreieren, eben Keystone. Um das mal ganz kurz zusammenzufassen, was steht. Und das soll auch hochqualitative Free-to-Play-Erfahrung sein für den Spieler. Mein Gott, das sind so Sätze, wo man sich fragt, wer hat sich das ausgedacht? Marketing-Leute in der Regel. Aber ja, das soll also sowas werden. Es soll ein First-Person-Shooter werden? Okay. Und zusätzlich soll tatsächlich was drin sein, wie Deck-Building-Strategie. Das heißt, wenn man, falls einer sowas kennt, solche Spiele, ist, wir reden von Kartenspielen, die über die Zeit quasi, ja, wie soll ich es formulieren, Deck-Builder-Games. Wir reden jetzt nicht sofort von Hearthstone, weil da ist das Deck ja fertig. Wir reden davon, dass während des Spiels das Deck erst kreiert wird. Sowas soll da noch mit drinstecken, wie auch immer ich mir das jetzt vorstellen muss. Und da ich jetzt hier gerade, wie gesagt, an Text hier so mich ranhangle, hier wird natürlich jetzt nochmal darauf hingewiesen, dass jetzt schon natürlich auf der Webseite von Keystone man sich anmelden kann. Wie gesagt, wer unten einen Link benutzen möchte dafür, kann das gerne von mir aus tun. Ich kriege persönlich auch kein Geld oder sowas dafür. Ich weise nur darauf hin. Denn wenn wir genug sind, die uns dort zusammen, also als, quasi wenn ihr den Link von mir nehmt, dann zählen wir alle zusammen, also ihr, also auch ich als VIP, werden im Forum so angezeigt und sind dann, wenn Keys vergeben werden, eben für die Alpha-App weiter vorne in der Schlange. Und ich glaube, das ist eine gute Sache. Davon abgesehen, wurde mir eben schon ein Kopf geschmissen von DE, dass ich schon Zugang dafür habe, weil ich Partner von Warframe bin. Aber ich meine, dann werde ich natürlich auch für euch ein Video stricken, damit ihr seht, so sieht es aus. Aber generell, wenn wir also zusammen dort aufschlagen wollen, wie gesagt, nimmt den Link da unten drunter steht und dann hoffen wir mal. Vielleicht habe ich ja Glück. Ist zwar jetzt, das ist nur von mir eine Annahme, dass ich Leute, die halt den Link unten nehmen, die ich dann quasi hinter mir herschleife. Aber ich denke eher, dass das durch das VIP-System eh schon so indirekt passiert. Auch wenn ich natürlich jetzt keinem garantieren kann, dass er nachher in die Alpha kommt, die übrigens noch nicht läuft, vielleicht wichtige Sache, die läuft noch nicht. Wir melden uns jetzt nur dafür an, dass wenn es losgeht, wir dann auch mit reinkommen. Wobei unten wird auch gleich noch gesagt, was dazu, wann es überhaupt damit startet. Vielleicht, das Bild jetzt tatsächlich ein bisschen länger angeguckt hat, wird jetzt sagen, irgendwie kommt mir das Design von den ganzen Helden dort ein bisschen altbacken aus. Ja, mich persönlich hat es direkt an Perry Roden dran erinnert, was ja so glaube ich 60er, 70er Jahre ist, so Sci-Fi. Und dabei hat das halt noch, ja, fliegende Untertassen sahen wirklich aus wie eine Untertasse mit oben vielleicht einer Käseglocke obendrauf. Bam, war ein Raumschiff. Oder Leute hatten halt große Glaskuppeln am Kopf, um eben sich zu schützen vor Weltraum, eben Sauerstofflosigkeit und so Geschichten. Das sah halt alles noch ein bisschen, ich möchte sagen, strange aus. Ich bin persönlich kein großer Fan von der Optik, muss ich gestehen, weil ich war nie ein großer Perry Roden-Fan. Ich fand die Optik einfach nur furchtbar. Aber das ist am Ende des Tages immer noch geschmacksam. Ich hoffe, Innenstädte, wobei ich habe ein paar Roboter gesehen, mit Roboter komme ich immer klar. Mit Roboter komme ich immer klar. Meistens aus der Zeit sehen die nicht so schlimm aus wie die, ja, Raumfahrer. Aber hier wird auch noch drauf hingewiesen, das ist eben aus den, wie war es, aus dem 70er Retropulp-Area, was auch immer das sein soll. Ich kenne es dir jetzt persönlich nicht. Ich kenne nur wie gesagt Perry Roden, das hat mir schon gereicht. Und hier ist der Satz, der mich am meisten irritiert jetzt schon, weil ich mir fast nicht, fast, fast nicht vorstellen kann, wie die das jetzt genau meinen. Also Keystone ist ja das Spiel, wird die Spieler mitnehmen auf eine Reise durch ein Multivers. Mhm. So weit hört es ja schon mal sehr fett an. Und wir sind da, wir wären dann auf dem Startpunkt von einem mystischen Brettspiel. Und da habe ich mich so, what? Brettspiel? Und dann habe ich kurz übergelegt an Dirty Bombs, falls ihr schon mal gesehen habt. Da gibt es ja mehrere, ich sage jetzt mal, kürzere Events, die ineinander stattfinden. Da habe ich gedacht, dann vielleicht meinen die das so. Vielleicht, vielleicht meinen die das so. Oder meinen die wirklich jetzt ein Brettspiel, wo man auch teilweise ein Ego-Shooter kämpft und macht und tut. Das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr Gag an. Und dann das mit den Karten noch irgendwo dabei. Mä? Wie gesagt, nach allen Seiten überlege ich da jetzt, wie das wohl sein könnte. Aber allein schon dieser Satz sagt ein bisschen wie, wie fern muss ich mir das mit dem Brettspiel vorstellen? Hat man da wirklich ein Brett, wo man rumerläuft? Mensch, ärgere ich mit Kampfarena oder sowas ähnliches? Ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt umsetzen. Jetzt kommen wir nämlich zum Kartenanteil. Nämlich jetzt wird gesagt, die Spieler werden quasi einzigartige Decks haben mit Karten, die den Vorteil, wie zum Beispiel Amazing Powers, wie man das übersetzen würde, großartige Kräfte verleihen vielleicht. Oder eben furchterregende Waffen. Also das heißt, die Decks tun also schon mal sagen, was man an Fähigkeiten und Waffen dabei hat. Interessant, interessant. Und durch geschicktes Timing und durch den quasi sinnvollen Einsatz von Ressourcen kann man im richtigen Moment womöglich eben die Oberhand im Kampf dadurch erlangen. Eben durch diese Karten wahrscheinlich. Und das ist dann nicht nur für sich persönlich, sondern womöglich auch für das ganze Team. Gibt es da Kombo-Karten vom Team? Kann man andere Leute buffen? Hört sich fast so an. Ja, und dann kommen wir schon wieder in den einen Bereich rein, wo es heißt dann, hier meldet euch jetzt schon an, damit ihr auch dieses Konzept, dieses neuen Spiel selber erleben werdet. Bla, 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 bla. Okay, okay. So, jetzt wird es nämlich interessant, gerade für Leute, die jetzt vielleicht daran Interesse haben könnten, nämlich wann findet der ganze Spaß statt? So wie es aussieht, werden die ersten Spieler, die erste Welle von Spielern wird tatsächlich bis Thursday, das heißt mal Donnerstag, dem 25. Mai angehauen und dann können sie das Spiel schon mal runterladen und spielbar wird es dann sein vom 26. bis 29. Mai, die Closed Alpha. Das ist dann die allererste Season, die dort gespielt wird. Das heißt mal, hey, das Wochenende, was jetzt kommt, meine Fresse, das geht mal fix. Hups, Hups, sah ich nur. Ich hätte gerne ein bisschen früher Bescheid bekommen diesbezüglich, aber ich habe tatsächlich erst selber erst durch den Entwickler erst am 23. so einen Stein an den Kopf geschmissen bekommen. Und da war ich ziemlich down und platt und habe mir Schmerzmittel eingeschmissen. Aber wenigstens haben wir jetzt das Video. Das heißt mal, Leute, die es sehen, die könnten vielleicht noch schnell den Link reinhauen, dass sie mir gerade so mit Hängen und Würgen sagen, ich bin noch dabei, mäßig vielleicht. Ach genau, da hatte ich schon gesagt bekommen, Leute aus Nordamerika hätten da erstmal wahrscheinlich einen Vorrang vor allen anderen. Das wurde mir schon so mehr oder weniger mitgeteilt. Das heißt mal, es kann sein, dass wir die erste Welle gar nicht mit reinkommen können, aber hey, die danach. Wir sollten auf jeden Fall schon mal alles dafür tun, dass wenn es losgeht, wir auf jeden Fall dann in den Startlöcher stehen. Und dann gehen wir noch ganz kurz in meinen letzten Absatz darauf hin, dass ja Warframe so großartig eingeschlagen hat und das deswegen eben die Möglichkeit dazu haben, eben sowas eine komplett neue Idee mal zu stricken und so hoffen auch, dass der eine oder andere vielleicht mal auf der Reise da mitkommt. Woher sei jetzt einfach mal, sag ich mal auch. Ausgezeichnet. Hier nochmal diverse, eigentlich ist fast jeder Abschnitt hier gespickt mit, ey, geh übrigens auf die Seite und melde dich schon mal an. Und wie gesagt, bei mir und drunter im Video sag ich es auch nochmal, ja, ist natürlich ein Link. Ja, alles in allem, natürlich könntet ihr jetzt fragen, und bist du schon schwer gehype dieses Spiel? Immerhin ist es ja auch von den Machern von Warframe. Da muss ich persönlich sagen, Vorsicht, weil ich habe schon zu oft Hypes miterlebt und bis jetzt hat sich noch nie Hype wirklich ausbezahlt. Es gibt nur wirklich eine Handvoll Spiele, wo der Hype wirklich die Sache wert war. Deswegen warte ich erst mal ab, warte ab, bis ich ins Spiel reinkomme, mache dann auch ein Video und gebe mal eine ganz ehrliche Meinung dazu ab. Völlig egal, ob ich jetzt Warframe-Partner bin oder nicht, am Ende des Tages muss das Spiel gut sein und wenn es nicht gut ist, dann, ja, dann trete ich es in den Boden, wie es sich gehört und wenn es irgendwie interessant ist, dann werde ich auch das erzählen. Hm. Ich glaube, das ist fair. Ich denke so, es ist am fairesten, wie man es machen kann und vielleicht bin ich einfach pessimistisch mittlerweile. Ich glaube einfach nicht mehr daran, dass Leute in der Lage sind, einfach aus dem Nichts ein gutes Spiel zu bauen. Ich werde zwar zwischendurch deswegen noch überrascht von welchen, die es wirklich hinkriegen, aber man muss sagen, die sind schon nicht schlecht. Ich erinnere mich nur daran, damals hieß es ja auch, erinnere mich vielleicht an die Leute wie Blizzard Entertainment, die ja durchaus Overwatch als MMO geplant haben, was am Ende rausgekommen und ein Shooter. Der ist zwar nicht schlecht, aber ursprünglich war das gedacht als großes, eingelegtes MMO und das ist eben nicht das Gleiche. Denn auch Firmen wie Blizzard, die sehr viel Geld hatten, waren am Ende scheinbar nicht in der Lage, ihr eigenes Konzept in Spielspaß umzusetzen. Wie sie selber ja mal gesagt hatten öffentlich, we couldn't make it fun. Das heißt, wir konnten es einfach nicht so hinkriegen, dass es Spaß machte. Ich glaube, das ist im Endeffekt der Kern- und Angelpunkt der ganzen Geschichte. wird dieses Spiel hernach einem Spaß machen. Das ist mir völlig egal, ob es Free-to-Play ist oder ob es Geld kostet oder nicht oder whatever. Natürlich werden sie jetzt hier anfangen, eine auf große, die große Absahne zu starten, dann werde ich es auch nicht toll finden unbedingt. So ist Pay-to-Win und so Geschichten. Aber man muss sagen, bei Warframe, alles in allem, alles in allem gesehen, Warframe muss man doch sagen, sind relativ fair bei dem Ganzen, was sie da tun. Wenn sie das so übernehmen für auch dieses Spiel habe ich desbezüglich schon mal keine Panik, aber ob das Spiel gut wird? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, das Artwork sieht zwar cool aus, aber ich bin kein Fan davon, aber wie gesagt, kann ich ja nur Roboter spielen, sehe ich schon. Ich bin soweit gespannt darauf, dass ich mal meine eigenen Eindrücke da gewinnen kann. Ich glaube, das bin ich, ja. Soweit, ich bin ein Fan von der Idee, dass ich selber probieren kann, aber das war's. Tja, und das wäre es auch erst mal alles gewesen, was ich jetzt rausfinden könnte über das Spiel. Wie gesagt, außer das Konzeptart hier, habe ich jetzt noch nichts davon gesehen und wir müssten danach wirklich drauf warten, was da rauskommt und wann es jetzt wirklich abgeht. Ich werde tatsächlich im Spiel auch nicht mehr Killburn heißen, sondern MK3 Gaming. Habe ich mich mal tatsächlich mal anders genannt, weil da dachte ich mir so, warum nicht? Ich meine, da erkennt ihr mich wenigstens direkt wieder. Dachte ich, jetzt vielleicht eine gute Idee. Falls dann einer auch Zugang haben soll, haut mich mal ruhig über Discord dann an, dann könnt man auch zusammen losziehen, weil ich glaube, das Spiel, gerade das Teamspiel ist es sinniger, wenn man sich verständigen kann. Das macht vielleicht Sinn. Und dann warten wir erst mal ab und gucken uns die Sache an, wenn es soweit ist. Sollte ich hier irgendwie Videomaterial aufnehmen, können, dürfen, machen, tun, dann werdet ihr natürlich auch ein Video von meinem Channel von daher blicken. Ansonsten ist ja nicht, ich kriege direkt, sagt, pass auf, du darfst ja nichts aufnehmen, dann werde ich womöglich, naja, dann werde ich irgendwas Trickreiches machen, damit ich doch was zeigen kann. Vielleicht ein paar Screenshots, ja, vielleicht ein paar Screenshots, damit ihr ungefähr wisst, worüber das Spiel geht. Wir reden von der Alpha. Mittlerweile ist das ziemlich platt getreten, aber ich meine, Alpha ist eben nicht das fertige Spiel. Wir haben normalerweise, normalerweise sieht es so aus, eine Alpha, dann eine Beta, dann vielleicht eine Open Beta irgendwann, also die anderen beiden waren natürlich closed in dem Falle, und dann haben wir das Spiel irgendwann, die Gold Version fertig. Zumindest war es damals ziemlich oft so, wie es lief. Und wenn das jetzt eine Alpha ist, wo zum Beispiel Platzhalter noch viele sind, dann muss man sagen, okay, da fehlen noch ein paar Sachen, aber man kann ja trotzdem schon mal von der Mechanik sehen, oh, ist das irgendwie interessant oder ist es völliger Bullshit. Gucken wir mal, gucken wir mal einfach. Schauen wir mal. So, und das wäre es von mir wieder heute gewesen. Danke fürs Beischaden und Zuhören. So viel zum Thema erstmal von Warframe und in dem Falle ausnahmsweise mal Keystone. Wie gesagt, ich bin am Ende des Tages interessiert daran, aber wie gesagt, auch das hier extrem alleine in der Name reicht nicht, um mich jetzt in Hype zu versetzen. Die Zeiten sind da vielleicht durch. Vielleicht ganz wichtig noch der Hinweis, wir sollten die Warframe-Entwickler nicht mit Fragen löchern zu Keystone. Das hatten sie extra dabei schon mal geschrieben, auch im Forum, nach dem Voto, weil die haben dann mit dem Spiel nichts zu tun. Das ist wirklich ein eigenes Team innerhalb der Firma. Deswegen, es macht also gar keinen Sinn, Leute anzuhauen von Warframe und zu sagen, ey, wie ist das überhaupt? Brauchen wir nicht, lohnt sich nicht. Wir können aber die Entwickler eben von Keystone direkt anhauen. Mal gucken, wie das danach läuft, mit einem extra Forum oder so. Müssen wir mal schauen, wie das dann geht. Oder ich vielleicht irgendwie Glück habe, über Discord den einen oder anderen zu erwischen. Aber auf jeden Fall soll ich auf gar keinen Fall, oder auch ihr am besten, gar gar nicht auf die Idee kommen, irgendwelche Leute von Warframe anzuhauen, weil die haben damit einfach mal nichts zu schaffen. Das hatten sie extra dabei geschickt. Gut, jetzt sind wir aber wirklich durch. Bis die Tage und ciao.